Geisterbauten Die Gebäude werden noch lange stehen, wenn wir schon längst gegangen sind Das Ende der Zivilisation Wir konsumieren alles Neue, bis wir übersättigt sind Und wenn wir alles haben, tauschen wir alles aus Wir leben in einer Welt der Wegwerfprodukte Nichts bleibt erhalten, alles wird immer ersetzt Geisterbauten, wenn die Menschen Dinge bauen, die sie niemals benutzen werden Die viel Gäste gekostet haben, die schön anzuschauen sind Um dann leer zu stehen, um dann langsam zu überfallen Doch der Mensch denkt voraus, denn die vielen neuen Gebäude Werden sich irgendwann einreihen in unsere heutigen Gebäude Wenn der Mensch verschwindet und die Natur übernimmt Dann werden alle Bauten Geisterbauten sein Geisterbauten 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 Geisterbauten